so komet suchen schon am 13 oktober 2013 ja genau die wolke genau warum am kometen immer so seltsame namen suchen schon atlas da ist er ja also man kann den schweif ansatzweise sehen ich konnten schon 40 minuten nach sonnenuntergang im feld stecher gut erkennen haben wir echt glück dass er noch eine wolkenlücke erwischt haben hätte suchen schon atlas also mit bloßem auge kann ich ihn nicht erkennen